Oh, stopp, Moment. Moment. Die Glocke läutet. Dieses wunderschöne Glockenspielen wollen wir nicht so grad pressen. Ah, genau, an dem Rhein durch kann man üben. Ja? Hörst du auch die Glocke? Ja? Gut. Fast wie Hellsbilds, nur schneller. Genau. Moment. Ich hab da noch einen Finanzierungstibrit. Ich dachte, irgendwas war größerer. Gut. Glockenspielen. Wer da nicht grade der Herrgott geklopft hat an die Himmelstür. Wir dürfen da gerne ein bisschen mitmachen. Ah, da kommt das schöne Mädchen mit dem schönen Bier. Ma, take this badge out of me. Glockenspielen. 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 Ich kann es nicht mehr nutzen, es ist es schon sehr, 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 sehr. Und ich fühle mich, wie ich auf der Heavens-Door klinge auf der Heavens-Door klinge. Knack, knack, knackin' on heaven's door Knack, knack, knackin' on heaven's door Knack, knack, knackin' on heaven's door So, jetzt bekommt das allbekannte Witzsing-Spiel, ja? Wir werden mal schauen, ob ihr das Lied kennt, könnt und auch ein bisschen mit uns singt. Der Holger, aber zuerst noch ein kurzes Kuhglocken-Solo. Also Woodblock. Ah, Woodblock, so. Er war noch dran. Ich hab mich gefragt, warum er dran ist. Noch dran, ja. Und jetzt hab ich ihn benutzt. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, war wie ein Solo. Genau. Also wir probieren das jetzt mal. Vielleicht mal zuerst die Frauen. Mal schauen, wer lauter singt. So, drei, vier, und... Oh mein Gott. Das war ja gar nichts, das, ne? Oh, ich hab eine Frau in den Stimmen gehört. So, das probieren wir jetzt mal mit den Männern. Also ich bedürfte Frauen sein. Mach du mal mit den Männern, ich sprang, Männer. Drei, vier, und... Ja, die Männer sind besser. Und nochmal die Frauen. Babys. Und nochmal die Männer. Vier, und... Ja. Und jetzt kommen, Ladies. Zusammen. Und... Ja, ich glaub, St. Ickbert wird von den Männern regiert. Ich bin auf der Seite der Frauen. Irgendwas schon gewesen. Ja, der war schon mal in Frauen, verstehe. Absolut. Aber jetzt können wir, wenn ihr wollt, nur wenn ihr wollt, okay, ihr müsst, aber wenn ihr wollt, dann können wir auch gerade das Ganze mal zusammen probieren, ja? Männer und Frauen können euch öfters mal was zusammen machen. Genau. Okay, wir versuchen uns zusammen kochen, zusammen bügeln. Drei, vier. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Nochmal. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Er bekommt quasi den ganzen Refrain. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Siehst, da hinten sitzt einer, lässt er seine Falte dir. Ja, ich kann's. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. 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 Knock, knockin' on heaven's door.